Untertitelung des ZDF, 2020 ... sind so viele Tier- und Pflanzenarten ausgestorben wie gerade jetzt. Von den rund 8 Millionen existierenden Arten seien bis zu eine Million bedroht. Die intensive Land- und Forstwirtschaft, der Städtebau, Überfischung der Meere, Umweltverschmutzung seien ebenso verantwortlich der Klimawandel. Sicher scheint aber, nach und nach werden fast alle heute lebenden Arten aussterben. Erwärmt sich das Klima noch weiter, sind die Folgen kaum mehr vorhersehbar. So, hast du das eigentlich schon mal probiert? Das schmeckt echt gut. Bild mir mal bloß weg mit dem veganen Zeug, ey. Warum das eigentlich? Die Sachen sind echt nicht schlecht. Das ist echt gut. Naja, aber jegliche Sachen aus dem Supermarkt. Und diese Ersatzprodukte, Alter, die sind echt... Boah, weiß ich ja nicht, ne? Aber das ist nicht irgendein Scheiß. Probier einfach mal. Hm. Wenn es sein muss. Und was sagst du? Ja, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Und? Besser als die Billigsachen aus dem Supermarkt? Besser. Warum hast du eigentlich noch nie veganes Zeug probiert? Also drüber nachgedacht, habe ich natürlich schon, ne? Klar. Aber mit den ganzen Tests und Arbeiten, die ich korrigieren muss, da finde ich einfach nicht die Zeit, mich vegan zu ernähren. Weißt du, du musst ja die ganzen Sachen raussuchen und was weiß ich. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist schlussendlich nur eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten lassen sich ändern. Und besser nach jedem Steak zu sagen, dass ich so voll bin. Ja, stimmt auch wiederum. Ich kann dir gerne dabei helfen. Dafür sind große Bruder doch da. Ich kann dir gerne dabei helfen. Ich kann dir gerne helfen. Die Waffe auf den Boden! Langsam! Ich brauche dein Essen! Leck es auf den Boden! Die Tasche kannst du behalten! Es tut mir leid! Das ist wirklich nötiger als ich! Hast du? In dieser Welt gibt es kein Richtig oder Falsch mehr. Haben wir uns jemals gekümmert? Was warst du früher? Lehrer in Geschichte und Philosophie. Und du? Ich war im Einzelhandel. Wie heißt du? Thomas. Und du? Konstanz. Konstanz! Konstanz! Glaub mir, du willst das nicht machen! Ich muss! 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 Auf den Boden! Ich will nur Informationen, mehr nicht! Ich mache alles, aber bitte tu nichts Unüberlegtes. Findest du diese Person? Nein, die habe ich noch nie gesehen. Sicher? Sicher? Bitte verdammte Scheiße. Ich weiß nicht mal, wie du aussiehst. Nein, nutzen musst du doch haben, Mann. Hier sind überall nur verdammte Bauernfelder. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Stehenbleiben! 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 Ich bin ein, dein Essen! Jo Mann, bleibt ganz cool. Ich gebe dir alles. Mach aber nichts Unüberlegtes, okay? Geil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020